Hallo Bücherfreunde! Ich habe ein Avel-Unpacking für euch heute. Eine Bestellung, die bei mir angekommen ist. Und die werde ich jetzt mit euch zusammen einfach mal aufmachen. So ganz weiß ich leider tatsächlich gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Ich habe eine Fortsetzung auf jeden Fall bestellt und Bücher auch zum sehr wichtigen Thema Rassismus und Rechtsextremismus. Natürlich ist das Thema leider auf der ganzen Welt schon immer und immer noch präsent. Es war jetzt nicht nur wegen der Dinge, die in den USA passiert sind mit George Floyd und den ganzen Aufständen. Aber das war für mich auch tatsächlich jetzt letzten Endes leider, muss man sagen, denn es ist 2020. Und das war jetzt für mich auch ein Weckruf, mich da ein bisschen mehr zu informieren. Und ja, da habe ich auch tatsächlich bei Avel, ich glaube es waren zwei Bücher, zu dem Thema gefunden. Und ich möchte mich da halt generell in der nächsten Zeit mit beschäftigen und ein bisschen mehr dazu lernen. Einfach weil ich meinen Teil dazu beitragen möchte, in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Ich bin leider als Weiße privilegiert. Ich habe nie Diskriminierung aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Nationalität oder Sexualität, da ich ja auch heterosexuell bin. All diese Dinge habe ich nie erfahren und ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlt. Und trotzdem ist es wichtig, dass auch wir, die eben niemals wegen sowas diskriminiert wurden, wissen, wie man sich da irgendwie fortbilden kann und dazu beitragen kann, dann solchen Menschen, die es eben leider werden, die diskriminiert werden, helfen können. So sehe ich das zumindest. Und deswegen packen wir das jetzt einfach mal aus. Ja, hier ist ganz viel Papier drin. Mir kommt als allererstes mal entgegen ein Gustav Klimt Malbuch. Das ist ja ein Antistress Malbuch mit ganz vielen Motiven von ihm. Und wenn ich das jetzt aufschlage, das ist ja richtig cool. Man sieht seine Originalwerke und kann dann nebendran eben das andere, also das ausmalen. Und es ist hier sogar dann noch eine Erklärung vorher dabei. Das finde ich sehr cool. Finde ich wirklich genial. Ich mag Gustav Klimt sehr gerne. Wir haben auch ein Bild von ihm im Flur hängen. Wenn das, ich weiß nicht, ob es jetzt hier dabei ist. Es ist auf jeden Fall nicht der Kuss, wenn ihr das jetzt denkt. Sein bekanntestes Werk. Nee, leider nicht. Aber ich finde diese Judith, so heißt das Bild, auch sehr cool. Ja, aber das war nicht teuer und ich dachte, ich als Gustav Klimt Liebhaberin werde mir das mal anschauen. Habt ihr eigentlich mal Lust, so ein Video von meinen Malbüchern quasi zu haben? Antistress Malbüchern, irgendwie sowas, was ich da alles für Bücher da habe? Wenn ja, lasst es mich gerne mal wissen. So, jetzt geht es weiter mit Die Unsterblichen von Chloe Benjamin. Oder Chloe Benjamin. Wer führt ein erfüllteres Leben? Der, der Risiken eingeht oder der, der vorsichtig ist? Das ist auf jeden Fall eine Familiengeschichte und es spielt im Sommer 1969 in New York, in der Lower East Side. Genau, und es geht um eine Wahrsagerin, die eben im Viertel eingetroffen ist, die jedem Menschen den Tag seines Todes vorhersagen kann. Da war ich schon direkt dabei und dachte, ja, das ist was für mich. Und es geht dann um die vier Geschwister Gold, die auf den Weg gehen und ihre Schicksal eben oder ihre Zukunft wissen möchten. Mehr möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr darüber wissen. Ich hatte mir das auf jeden Fall schon mehrmals als Klappentext durchgelesen und fand es sehr, sehr interessant. Das ist anscheinend auch ein internationaler Bestseller und ja, freue mich da sehr drauf. Dann habe ich jetzt hier tatsächlich das erste Buch, das eben mit diesem Thema Rassismus versucht aufzuklären. Dear Martin von Nick Stone. Und das hat tatsächlich auch mit Vorurteilen von Polizisten gegenüber Schwarzen in den USA zu tun. Es ist aber ein ficktiefes Buch. Es geht um Justice McAllister, der tatsächlich zu den Besten in seiner Schule gehört. Er hat einen Studienplatz in Yale und eine tolle Freundin. Also eigentlich läuft bei ihm alles. Bis dann eines Abends plötzlich ein Polizist kommt und ihm Handschellen umlegt. Der Grund für seine Verhaftung, Justice ist schwarz. Und er ist und er lebt in den USA im Jahr 2017. Ja, also das möchte ich wirklich relativ bald lesen. Wahrscheinlich werde ich dazu dann auch so eine Art Lese-Vlog wieder machen mit diesem Thema. Also wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr da demnächst gerne mal vorbeischauen. Der Vogelgott ist hier noch. Das habe ich bei einer YouTuberin jetzt vor einer Weile auch gesehen. Ich glaube, es war Bookmarked. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Und das soll wirklich genial sein, denn es hat mit einer anderen Religion, so eine Art Sekte zu tun, bei dem man eben einen Vogelgott anbetet. Genau. Die Mitglieder einer wissenschaftlich orientierten Familie werden durch eine zufällige Entdeckung auf einem Kirchenbild in den schwer durchschaubaren Mythos eines Vogelgottes hineingezogen. Mit einem Sog, dem sie so wenig widerstehen können wie der Leser dieser Geschichte. Ich habe mir da auch ein paar Kritiken dazu durchgelesen und das hat sich alles wirklich sehr gut angehört. Es ist ein total kleines, süßes Buch. Ich meine, wenn ich jetzt Diamantin daneben halte, seht ihr es vielleicht. Ja, und ich bin sehr gespannt darauf, wie das sein wird. Ich denke, das lässt sich relativ schnell lesen und hoffe, dass es mir gut gefallen wird. Jetzt blinkt mein Akku. Warum jedes Mal, wenn ich so ein Video drehen möchte? Ich werde ihn jetzt ein bisschen aufladen und dann weiter drehen. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe ein bisschen aufgeladen. Ich hoffe, das reicht jetzt für die restlichen Bücher. Aber ich habe nicht nur Bücher gekauft, sondern auch eine Kleinigkeit, die zum Thema Bücherliebhaber passt. Und zwar habe ich mir diese Tasse hier noch bestellt. Ich liebe Bücher. Die kostet eigentlich 8 Euro und ich weiß gar nicht, für wie viel ich sie bekommen habe, aber für deutlich weniger. 3 Euro, 3,95 Euro. Und vielleicht könnt ihr es sehen, da ist gar nichts dran. Da ist irgendwie noch nicht mal die Verpackung komisch oder so. Ich mache es jetzt mal auf. Aber die Tasse sieht jetzt auf den ersten Blick auch wirklich top aus. Ja, da ist nichts dran. Dann einfach nur eine Tasse mit dieser Aufschrift. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und da kann ich dann auch immer schön meinen Tee draus trinken oder meinen Kaffee. Gerade jetzt im Homeoffice verbrauche ich so viele Tassen. Da ist das auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich mir, wie ich schon angesprochen habe, am Anfang ja noch eine Reihenfortsetzung gekauft. Und zwar ist das die Schattenschwester von Lucinda Riley. Ich habe jetzt vor kurzem erst die sieben Schwestern, also den ersten Teil davon, als Hörbuch gehört und fand das wirklich richtig, richtig gut. Und habe den zweiten Teil da. Und das ist jetzt der dritte. Ja, und so kann ich dann schön weiter durchsuchten. Hier geht es um Star. Das müsste ja dann die drittälteste Schwester sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob da tatsächlich die Schwestern so durchgegangen werden oder ob es irgendwie einen anderen Grund hat. Und da verfolgt man ihre Spur nach London. Sehr cool. London liebe ich ja auch sehr. Ja. Also hier geht es um Großbritannien. Da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich echt sagen. Gut. Dann habe ich jetzt hier noch dieses Buch. Sieben Arten Dunkelheit von Christian von Aster. Das Buch habe ich vor kurzem tatsächlich, das war im Februar dann circa, also bevor der ganze Lockdown losging, relativ neu gesehen bei Talia in der Buchhandlung. Ich wollte jetzt gucken, wann das rauskam, aber ich finde das Datum nicht. Vielleicht, hm, hier steht 2019, vielleicht war das dann aber doch eher Ende 2019. Aber es ist auf jeden Fall ein Buch, das ich erst vor einigen Monaten quasi neu gesehen habe. Es ist ein Jugend-Fantasy-Buch und es geht hier um ein Vielnacht-Amulett, das seinen Träger vor der Magie der Finsternis schützt. Als Schüler eines Nachtseilmers tragen David und Ayumi diesen Talisman. Doch im Dunkel braut sich etwas zusammen so finster, dass kein Amulett der Welt dagegen etwas ausrichten kann. Ja, ich fand das damals schon sehr ansprechend. Muss zugeben, es ist auch ein bisschen ein Coverkauf. Als ich es bei Talia gesehen habe, habe mich dann dort aber dazu entschlossen, es nicht neu zu kaufen. Und jetzt habe ich es günstiger bekommen. Hat einfach auch nur hier den Mängel-Exemplar-Stempel plus hier. Seht ihr es jetzt endlich besser? Diese sieht aus wie so abgeknabbert irgendwie. Ja, also so viel dazu. Es ist irgendwie interessantes Papier, ich weiß gar nicht warum. Aber es sieht so tatsächlich düsterer aus und hat auch so am Anfang eines Kapitels so eine düstere Seite. Also ich denke, das passt sehr gut zum Thema. Mit anderen Worten, ich ist auch ein Buch, das mir schon öfter begegnet ist. Es ist ein Buch aus dem Magellan Verlag und hat mit, ich glaube, Zwangsgedanken zu tun. Also hier geht es um Samantha, die eigentlich Worte hasst. Also sie sind nicht ihre Freunde. Im Gegenteil, in endlosen Gedankenschleifen verfolgen sie Sam und hindern sie daran, ein normales, unbeschwertes Leben zu führen. Also Samantha wird auch Sam genannt. Aus Angst, als verrückt abgestempelt zu werden, verheimlicht Sam ihren täglichen Kampf sogar für ihren Freundinnen. Allerdings wird sie dann eines Tages von der unkonventionellen Karolin in einen Dichterclub eingeladen und entdeckt dann wahrscheinlich, so kann ich es mir vorstellen, die Worte für sich. Fand ich auch sehr interessant. Es geht hier eben um mentale Probleme, die man auch haben kann. Zwangsgedanken, Neurosen vielleicht auch irgendwo. Auch Themen, mit denen ich mich in Zukunft etwas näher beschäftigen möchte. Ich möchte generell ein wenig mehr Diversity in meinen Lesealltag reinbringen und eben auch wichtige Themen wie LGBTQ plus Community da ein bisschen mehr von lesen, da ich das tatsächlich auch noch nicht so häufig gemacht habe. Ja, Richtung Rassismus, wie ich ja schon angesprochen habe und mentale Dinge. Was ich auch interessant fände, wäre so Richtung Feminismus, da ich glaube, diesem Thema ich jetzt doch in der letzten Zeit eher nicht so gerecht wurde und es doch immer noch sehr wichtig ist. Aber das sind alles Dinge, die dann in Vlogs kommen. Vielleicht habt ihr ja da Bock drauf. Dann habe ich jetzt hier noch ein wirklich schönes Buch, wie ich finde. Das hier hat der Katze von Christoph Peters. Auch ein Roman, der mir schon öfter begegnet ist. Und auch hier ist nur der Mängelexemplar Stempel drauf. Wieso will das denn nie fokussieren von alleine? Eigentlich hat das doch einen Autofokus, aber ich denke, ihr könnt es ganz gut erkennen. Es geht hier auf jeden Fall um Japan, beziehungsweise es spielt in Japan und es geht um die japanische Yakuza, also diese Mafia-Gruppe in Japan. War früher eine ehrenwerte Gesellschaft, heute ist es eben eine Organisation gewöhnlicher Krimineller, verwickelt in Drogenhandel und schmutzige Immobiliendeals. Staat und Polizei haben die jahrhundertelange Toleranz und Koexistenz aufgekündigt und der Yakuza den Kampf angesagt. Da kommt es äußerst ungelegen, dass Fumio Onishi bei einer Aktion im Auftrag der Yakuza in Berlin eigenmächtig übers Ziel hinausgeschossen ist. Auf der Flucht vor den deutschen Behörden hat Onishi sich zwar mit seiner deutschen Freundin Nikola... Nikola, jetzt wollte ich das auch ein bisschen japanisch angehaucht aussprechen, nach Tokio absetzen können. Doch hier erwartet der Yakuza-Boss Takeda ein unmissverständliches Opfer von ihm. Ja, sehr rasant spannend, so hört sich es zumindest an. Gerade so japanische Kultur finde ich auch immer sehr interessant. Ich habe ja auch das Buch Ich, Tochter eines, Yakuza. Ja, und dieses Thema generell Japan, ich weiß nicht, das interessiert mich immer mehr. Ich habe totale Lust, irgendwann mal nach Japan zu gehen, wenn es denn wieder möglich ist, sicher zu reisen. Und warum dann nicht reisen mit solchen Büchern? Dann habe ich hier jetzt das zweite Buch, das mit dem Thema Rassismus zu tun hat. Und zwar soll das Angehaucht an Shakespeare's Othello sein und eben mit dem Thema Rassismus bzw. Diskriminierung aufdecken. Hier geht es um Ozai, der aus Afrika kommt und neu in der Klasse ist. Das gefällt natürlich vielen seiner weißen Mitschülern und Lehrern nicht. Als ich dann aber ausgerechnet das beliebteste Mädchen mit ihm anfreundet, zieht der eifersüchtige Ian rot. Es ist dünner, als ich gedacht habe. Und ja, ich bin sehr gespannt, mich diesem Thema etwas anzunähern und da mehr drüber zu lernen. Ich bin natürlich mir dessen bewusst, dass es extrem sein wird, aber es ist wichtig, auch da sich zu informieren und diesen schlimmen Themen sich damit einfach auseinanderzusetzen. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja noch zwei weitere Nicht-Bücher-Sachen, die aber auch mit Büchern zu tun haben. Und zwar habe ich mir zwei Lesezeichen noch gekauft. Zum einen hier so ein Schmetterlings-Lesezeichen. Das weiß ich noch nicht unbedingt, ob ich das jetzt selbst behalte oder dann halt mal irgendwie verschenke oder sowas, weil ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Schmetterlingen. Das hat diese Lesebändchen, also dieses elastische Band da rum. Kostet eigentlich 2,50 Euro und ich weiß gar nicht, ich habe es für 1,90, 1,50 oder sowas jetzt dann bei Avel gekauft. Und das ist komplett neu verpackt. Ist wahrscheinlich einfach aus dem Sortiment gegangen. Also von dieser Marke Liebrix hier, da könnt ihr diese Lesezeichen eben herbekommen. Jetzt haben mich schon ein paar gefragt, wo man die bekommt und ich habe sie einfach in jedem Buchladen so gefunden. Aber bei Avel bekommt man sie eben auch ab und an. Und das zweite Lesezeichen sieht so aus. Eher so mein Geschmack. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Von Ringelnatz. Ja, ich finde Ringelnatz echt toll. Und so schlichtere Sachen sind eher mein Ding. Hat auch ein Band und ist auch von Moses bzw. Liebrix. Hätte auch 2,50 gekostet und ist auch komplett neu verpackt. Und jetzt das letzte Buch habe ich auch, als ich mal das letzte Mal in der Buchhandlung war. Das war echt irgendwie Ende Februar, Anfang März rum. Keine Ahnung. Da habe ich aber dieses dicke Buch und große Buch gesehen. Dodo. Der Aufstand und Fall des Dodo. von Neil Stephenson und Nicole Gallant gesehen. Das ist ein Fantasy-Science-Fiction-Buch. Ich glaube, es geht eher Richtung Science-Fiction. Und Dodo ist auf jeden Fall eine Geheimorganisation der amerikanischen Regierung. Und die hat es sich zum Ziel gesetzt, mittels Zeitreise die Magie in unsere Welt zurückzuholen. Und allein schon dieser erste Satz hat mich direkt gepackt. Und da dachte ich, ja, das ist meins. Selbst wenn Zauberei in der Gegenwart nur noch Stoff für Märchen und Mythen sein mag, so war sie doch real bis im Jahr 1851 plötzlich für immer verschwand. Und ja, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, dann da in die Vergangenheit zu reisen. Und ich bin gespannt, was hier alles passieren wird. Dieses Buch hat auch den Magel-Exemplar-Stempel und ist hier auch so ein bisschen eingeratscht bis ganz oben durch. Aber das Lesebändchen ist noch komplett drin und an sich sieht es auch wirklich super aus. Muss man sagen. Da ist nix dran. Und ich bin jetzt echt froh, dass ich das für wesentlich günstiger bekommen habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es sonst gekostet hätte. Ich gehe nämlich schon davon aus, ein bisschen über 20 Euro, dass so ein dicker Schinken ist. Und ja, jetzt kann ich wieder Science-Fiction lesen. Ist aber nicht so, dass ich nicht auch noch hier was hätte. Ja, wie immer, ne? Das war mein Unpacking. Unpacking. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass vielleicht das eine oder andere für euch dabei war, das euch auch angesprochen habt, habt ihr in letzter Zeit auch bestellt. Wenn ja, was war dabei. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.